Herzlich Willkommen bei dieser 5 Minuten Meditation für Dankbarkeit. Schön, dass Du hier bist. Wenn Dir diese Imaginationsübung gefällt, dann gib mir doch mal Daumen hoch und abonniere diesen Kanal. Vielen Dank. Fahre nun kein Auto und bediene keine Maschinen. Setze oder lege Dich nun bequem hin und spüre die Verbindung zur Unterlage. Spüre die Verbindung zu Deiner näheren Umgebung und lasse die Gedanken kommen und gehen. Atme tief durch und konzentriere Dich nacheinander auf 8 Dinge, für die Du dankbar bist. Dankbarkeit bedeutet, dass Du spürst, dass etwas gut ist für Dich und auch für andere. Du bist dankbar, dass Du atmest. Du fühlst Dich gut in Deinem Körper und Du bist dankbar, dass Du Deinen Atem nun spüren kannst. Dein Atem gibt Dir Sicherheit und Kraft. Ich atme. Du bist dankbar, dass der heutige Tag da ist, dass die Sonne aufgegangen ist und Du den heutigen Tag in all seiner Vielfältigkeit erfahren und in seiner Güte erleben darfst. Die Existenz als solche ist grundsätzlich in ihrer elementaren Form ein Anlass, dankbar zu sein. Ich existiere. Du bist dankbar dafür, dass Du heute Entscheidungen treffen darfst. Du besitzt die Fähigkeit flexibel nachzudenken und kannst mindestens zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Du kannst diesen Tag mitgestalten und für diese Möglichkeit bist Du dankbar. ich gestalten. Du bist dankbar, dass Du heute für Dich selbst und auch für andere etwas tun darfst. Du darfst für Dich selbst und auch für andere sorgen. Dich ernähren, Dich kleiden. Du bist froh, dass Du ein Dach über dem Kopf besitzt. Du freust Dich über die kleinen Dinge, die das Leben, aber dennoch Dein Leben stark bereichern und sei es, dass Du heute Dein Lieblingsessen zubereiten darfst. Ich achte auf mich. Und nun denke an vier Dinge, für die Du individuell dankbar bist. Dinge in Deinem momentanen individuellen Leben oder auch Dinge, die in Deiner Vergangenheit wichtig waren, wofür Du dankbar bist. Das entscheidest Du selbst. Und konzentriere Dich jeweils kurz auf diese Dinge oder Ereignisse, für die Du dankbar bist. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar. Ich danke. Ich fühle tiefe Dankbarkeit. Ich bin dankbar. 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 Gefühl der Dankbarkeit nun bei dir. Und das gute Gefühl wird dir helfen, den heutigen Tag zu meistern, worauf du dich jetzt schon ein bisschen freust. Und du wirst wacher. Werde wacher und öffne deine Augen. Viel Spaß am heutigen Tag und auch sonst wünsche ich dir. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute für dich.